Urologie ist ein Fach, das sich mit Erkrankungen der Niere, der ableitenden Harnwege, also der Harnleiter, der Blase und der Prostata beschäftigt. Dazu gehört die Kinderurologie, die medikamentöse Therapie urologischer Tumore, also die Onkologie, aber auch Inkontinenztherapie zum Beispiel. Die Urologie ist also, obwohl sie als kleines chirurgisches Fach bekannt ist, eines der umfangreichsten Fächer überhaupt und nahezu jeder ist irgendwann mal von einer urologischen Erkrankung betroffen, sei es nur der banale Harnwegsinfekt.